Während das neue Design-Update die meisten Kunden eher verärgert und enttäuscht hat, mich eingeschlossen, haben wir uns zumindest alle über die Neuigkeit gefreut, dass Trade Republic ab Oktober die Zinsen auf 4% PA erhöht. Dabei gibt es allerdings einen Punkt, der in der Kundenvereinbarung hinzugefügt wurde, der selbst diese tolle Neuigkeit mit Vorsicht genießen lässt. Worauf du achten solltest und welche Funktionen du in den Einstellungen besser deaktivierst, darüber sprechen wir jetzt. Ab heute gibt es 4% Zinsen auf dein Trade Republic Guthaben, vorausgesetzt du hast die Zinsen aktiviert. Dafür klickst du einfach auf Cash, scrollst runter zum Reiter Vorteile, klickst auf Zinsen und aktivierst diese. Falls du die Option nicht siehst, hast du die Zinsen bereits aktiviert, das siehst du auch an den 4% beim Jahressatz. Ganz unten wird auch mitgeteilt, wenn wir hier etwas runter scrollen, dass wir bis zu 50.000 Euro einzahlen können, um Zinsen zu erhalten. So weit, so gut. Bei anderen Banken oder auch Brokern wie Scalable können wir teilweise das Doppelte verzinsen, aber dafür werden uns immerhin 4% angeboten. Das sind mit die besten aktuell verfügbaren Optionen. Doch wo liegt der Haken? Dafür müssen wir in die neue Kundenvereinbarung unter Abschnitt 3.6 schauen, den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und dort steht im Grunde, dass wir Trade Republic nicht als Tagesgeldkonto im klassischen Sinne nutzen sollten und dürfen, um Zinsen zu erhalten, sondern dass es sich um ein Verrechnungskonto handelt, das in erster Linie dazu dient, Geld bereitzuhalten, um damit zu handeln. Aus diesem Grund hält sich Trade Republic die Berechtigung offen, Geld an Kunden zurückzuschicken, wenn diese es mehr als 30 Tage nicht für Geschäfte in Finanzinstrumenten verwenden. Falls es dazu kommen sollte, wird man von Trade Republic informiert und hat zwei Wochen Zeit, mit dem Geld zu handeln. Ansonsten kommt es eben zu diesem Zurückschicken. Wie streng das Ganze umgesetzt wird, steht aktuell noch nicht fest. Ich hoffe, dass Trade Republic nicht das gesamte Geld zurückschickt, wenn man beispielsweise nach wie vor Sparpläne ausführen lässt und eben nur einen Teil des Geldes auf dem Verrechnungskonto nutzt. Falls es jedoch streng gehandhabt wird, kann man Trade Republic definitiv nicht als Tagesgeldalternative nutzen. Deswegen meine Warnung, falls du über Trade Republic nicht handelst und nur deinen Notgroschen überwiesen hast, um die 4% mitzunehmen, könntest du Probleme bekommen. Einen weiteren Punkt solltest du auch beachten, darüber habe ich bereits Mitte letzten Monat in einem Finanztipp-Artikel gelesen. Auf YouTube wird aber recht selten von den 4 Partnerbanken Trade Republics erzählt. Bereits am 22.04.2022 habe ich in einem Video berichtet, dass Trade Republic die Partnerbank wechselt und einige Kunden eine neue IBAN erhalten werden. Ich habe beispielsweise auch eine neue IBAN bekommen. Trade Republic führt die Verrechnungskonten aktuell bei 4 Banken. Bei der Deutschen Bank, bei der Deutschen Solaris Bank, bei der Deutschen Niederlassung von JP Morgan und der Irischen Citibank. Deine Partnerbank wird seit dem Update nicht mehr namentlich genannt. Du findest diese allerdings relativ einfach heraus, indem du auf deinen Anfangsbuchstaben oben links klickst. Also bei mir hier das blaue M. Dann scrollst du etwas runter, bis du bei deiner BIG angekommen bist. Diese gibst du bei Google ein und dann erfährst du, welche Bank dahinter steckt. Mein Guthaben liegt beispielsweise bei der Deutschen Bank. Bei allen 4 Banken gilt die Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro im Falle einer Zahlungsunfähigkeit. Allerdings ist die Bonität von Irland schlechter als die Deutschlands. Deswegen warnt Finanztipp an dieser Stelle davor, zu viel Geld bei Trade Republic zu parken, falls dein Konto bei der Citibank geführt wird. Ändern kannst du deine Bank übrigens nicht. Abschließend noch ein Punkt, der bei Datenschützern für Furore gesorgt hat. Darüber habe ich auch bereits in meinem Community-Tab berichtet. Nach dem Update wurde eine Option zum Teilen der Nutzerdaten hinzugefügt, die bei allen Accounts automatisch aktiviert wurde. Selbst wenn einige Kunden ohne Probleme ihre Daten anonym mit Trade Republic teilen möchten, finde ich es persönlich ein No-Go, eine solche Option heimlich hinzuzufügen und bei dem ohnehin schon unübersichtlichen neuen Design diese Entscheidung dem Kunden abzunehmen und für alle zu aktivieren. Deaktivieren kannst du diese Einstellung, indem du wieder auf deinen Anfangsbuchstaben klickst, also das, was wir eben gemacht haben, nach unten zur Sicherheit und Datenschutz scrollst, da drauf klickst und dort den Button bei Nutzungsdatenteilen klickst. Wenn es ausgegraut ist, ist diese Option deaktiviert, also das, was wir hier gerade auf dem Screen sehen. Das war es mit den Hinweisen. Ich hoffe, dass dir dieses Video helfen konnte und ich hoffe, dass Trade Republic nicht zu streng mit dem Geld auf dem Verrechnungskonto agiert, sonst ist mein Geld sehr schnell bei einem anderen Anbieter. Ich meine, wenn sie mir das Geld sowieso schon schicken, dann schicke ich es eben woanders hin. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von dem neuen Trade Republic Update hältst bezüglich Design, den 4% und diesem geheimen Paragraf bezüglich des Geld zurückschickens. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, wir sehen uns dann in einem zukünftigen Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao!